Hey Leute, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so über Rammstein und den Lindemann aufregt und die Peile sich mit den ganzen Mädchen und so. Das ist das Leben eines Rockstars. Und glaubt mir, da weiß ich, wovon ich rede. Irgendwie. Braucht ihr mir jetzt nicht zu glauben, aber... Na man, Gott, man, ich geh für's Elfgolds. Uuuuuaah!